Das ist ja furchtbar. Principal Brown hatte einen Autounfall. Das bedeutet, dass ich als Nächster in der Rangfolge die heutige Abschlussfeier leiten werde. Das ist der Grund, weshalb ranghohe Regierungsbeamte niemals zusammenreisen. Deine Schadenfreude über das Unglück von jemand anderem sollte mich beunruhigen, aber irgendwie ist das auch ein bisschen sexy. Macht es wie ein Aphrodisier, komm. Du könntest später den Direktor spielen und ich bin der Schüler, dem noch ein paar Punkte fehlen. Ich bin ein böser Junge, der ein bisschen Führung braucht. Ich komme aus einer kaputten Familie, wo Sozialarbeiter ein- und ausgehen und Geldprobleme eine große... Toll, jetzt bin ich einfach nur traurig.